Ja man, und ich kann EBR-Race-Track abfahren. Oh, die kennst du gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen trotzdem rechts, aber wir ignorieren die CS und gehen einfach mit deren Heavies. Du fährst einfach einen Hügel über die Mitte. Wir fahren auf den Hill und rammen die CS weg. Soll ich jetzt ein Race machen gegen die V4s, oder wer ist mein Gegner? Du darfst einfach die Heavies pushen. Ich dachte wir machen jetzt einen EBR-Race, ich war gar nicht da. Einfach mir hinterher, dann wüsst du wie die Strecke aussieht. Es gibt einen Call. Ja, Hill, 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 Hill. Das ist sogar blöd. Ich push nicht den Hill hoch. Okay, ich push den Hill hoch. Willst du den Hill hoch fahren, oder? Geben wir jetzt richtig die CS wegtreten? Die Spiel unten ist der Wiese im Cover. Artis verkaufen wir. Lassi, Lassi bleibt am Leben. Also wir pushen die Heavies oder was. Wir sind scheiß drei EBRs. Aber wir müssen trotzdem Hill hoch fahren, oder? Wir pushen mit den V4s einfach auf den Hill. Wir rammen einfach die CS tot. Die pennen uns eh nicht. Gewagte These. Luka, wenn wir die tot rammen, pennen wir uns nicht. Kommt da ne Bombe rein? Bombe daneben. Dr. Watson? Wo sind meine Version 4er? Die kommen. Die kommen. I'm coming. Papier Evil. Die sind alle wie kardet. Die stehen alle auf einer Seite. Einfach hoch jetzt, Jungs. Da wird Schmerzen. Hoch und rauf. Rauf rein, rum. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum werde ich denn gefokust? Alter, warum werde ich gefokust? Mach Schmolker weg hier, bitte. Hey Artis, pass auf. Was? Alter. Alter! Oh Felix, Felix, helft du schon mal. Helf dir, Artis, helft ihr, Artis! Artis, helft dir, Artis. Artis, helft dir, Artis, helft dir, Artis, helft dir, Artis. Artis, helft dir, Artis. Artis, helft dir, Artis, helft dir, Artis. Man, Rätis, kannst ihn killen bitte? Hallo, kannst du bitte, wir helfen. Du kannst ja auch, ich bin schon vor 2 Sekunden tot gewesen, aber Rätis wollte mir in den Kopfauchen. Ich fand zu Sanemann, Sanemann, echt bestimmt. Sie haben das da oben wirklich gewonnen. Ja, wir auch. Ich hab tausendmal damage mit einem Shot gemacht, ich bin glücklich. Kriegen wir jetzt noch ein Game? Werden gecapt? Nee, kriegen wir nicht. Werden gecapt? Wir haben EBR, voller Full-Lifest. Wir haben die Artis, die können auch decapten. Komm her. Die Artis? Nee, ist die Alpha im Game, immer noch voller. Ja, und der Eber, ich hab ja schon zwei Shots gedrückt. Stefan, geh decapten jetzt. Dieser Advanced ist schon wieder so retarded, Alter. Also... Egal, er kann... Fabi, es gibt ein Eis von dir? Nein, der Drambo ist gecapt. Den hast du doch schon gecapt. Der CoilHill ist OP, Mann. Die haben gar nichts gesehen gegen die V4s. Ja, was? Doch, die V4s haben sie gesehen. In ihrem Gesicht. Wurden so ein Tobi. Da ist noch ein... Der hat eigentlich die Art auf sich bekommen. Jungs, es gibt zwei noch. Na, guck mal, Luca. So ein Lambo ist zwar schneller als ein Lkw, aber in der Lkw den Lambo einholt, ist der Lambo trotzdem platt. Also... Ich hab gespielt wie ein Beut. Luca, die Frage ist, in welchem Szenario holt ein Lkw den Lambo ein? Wenn der Lambo einfach da steht, am Straßenrand, und der Lkw mit 80 hinten drauf fährt. Das hat Spaß gemacht. Ja, aber gut. Was? Das hat sich dann... Was? 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 Vielen Dank.